Mit dem Urheimexpress nach Istanbul, erster Halblin. Man hat mich mit dem Flöhn im Bett allein gelassen, am Schlafwagen. Ich bin total zerbissen und zerkratzt, links Bein, rechtes Bein, bis hin zur Hüte liegen. Während der Oberkommandant des Waggons nebenher ritt, neben dem Waggon während der Fahrt außen vorbei ritt und um 22 Uhr gestern Abend strikt auf Einhaltung der Nachtruhe beachtet. Thomas Bernhard schrieb über Wien, die Stadt ist im Gegensatz zu mir schon völlig am Ende, schon völlig komplett. Thomas Bernhard hat deswegen jedes Frühjahr die zwei Rosmarin-Sträuche an St. Garten bis auf den letzten braunen stumpfen Kahlgeruch. Der hat sich total an den Vergangenen. Und jetzt haben sich die Flöhe an mir vergangen. Nächste Halblin. Nächste Halblin. Was? hmm hmm ja H Untertitelung des ZDF, 2020